Was macht dein Dach eigentlich, wenn du nicht zu Hause bist? Wie wäre es, wenn dein Dach deinen Geldbeutel entlastet, dich unabhängig macht und dabei noch etwas für Umwelt- und Klimaschutz tut? Mit einer eigenen Solaranlage ist das ganz einfach. Alle Infos und Beratung unter freiburg.de slash pv. Dein Dach kann mehr.